Aber die Philosophie hinter Safir ist, also man weggeht von diesem Massenkauf und lieber man kauft sich einzelne Stücke, die einem sehr gut gefallen. Der Gedanke hinter diesem Projekt ist es unter anderem, diesem medial angeheizten und suggestiv vereinnahmten Bild vom Islam und den Muslimen so ein bisschen entgegenzuwirken. Muslimen ist aber das, was uns im tiefsten Inneren ausmacht, der Kern unseres Wesens und die Grundlage unserer Existenz. Denn der Hijab ist mehr als nur ein Tuch auf dem Kopf. Es ist ein Teil unserer Identität. Aber wenn Sie mitbekommen, dass der Ramadan eigentlich schon vorbei ist... Der Ramadan ist vorbei? Ja? Oh, wie schade. Was ist mit dem Gebet? Du musst auch beten, weisst du das? Schwester, der Ramadan ist vorbei. Inschallah hat uns Allah die Söhne vergeben, aber der Ramadan, ich habe so viel verpasst. Ja, von einer Ramadan-Muslima wird sie dann zu einer freshen Muslima. Die, die reden, gefällt mir sehr, weil sie sagen, dass wir dann zusammenhalten. Ja, einfach alles, gefällt mir. Ja, einfach alles. Ja, einfach alles. Da, von einer Ramadan-Muslima. Untertitelung des ZDF, 2020